Ein Distraktor ist ein chirurgisches Instrument bzw. Gerät und dient dem Knochenaufbau. Im Bild sehen Sie einen Distraktor. Nun sehen Sie den Distraktor auf dem Unterkiefer befestigt. Deutlich erkennt man den Knochendefekt. Der Alveolakam ist in diesem Bereich unterhalb der benachbarten Zähne. Den Knochendefekt könnte man zum Beispiel durch eine Knochentransplantation therapieren. So wäre eine Implantation, also das Setzen von künstlichen Zahnwurzeln, wieder möglich. Mehr dazu im Videoimplantation. Bei größeren Knochentransplantationen kann es aber mitunter schwierig sein, den transplantierten Knochenblock zu decken. Decken bedeutet, dass der transplantierte Block mit der darüberliegenden Schleimhaut abgedeckt werden muss. Zudem muss die Schleimhaut spannungsfrei und speicheldicht vernäht werden. Das ist eine Voraussetzung für Knochenheilung. Bei zu großen Knochenblöcken oder bei ungünstigen Lokalisationen ist das dichte Vernähen der Schleimhaut, wie in diesem Fall zu sehen, nicht möglich. Die Distraktion schlägt beide Fliegen mit einer Klappe. Zuerst wird der Distraktor unter die Schleimhaut operiert. Nach Abheilung der Schnitte wird der Knochenblock samt Schleimhaut nach oben bewegt. Beides, sowohl Schleimhaut als auch Knochen, wachsen so nach. Im Bild sehen Sie einen eingeheilten Distraktor. Nur die Winde, mit deren Hilfe der Patient den Distraktor bedient, steht in den Mundraum. Sie sehen nun die Funktion eines Distraktors an einem Unterkiefermodell. Zuerst wird der Distraktor auf dem Unterkiefer befestigt. Dafür werden Löcher gebohrt. Bei wirklichen Operationen muss der Bohrer durch Wasser gekühlt werden, damit der Knochen nicht durch Hitze geschädigt wird. Sobald die Bohrlöcher gesetzt sind, wird der Distraktor mit kleinen Schrauben fixiert. Später, wenn der Knochen regeneriert ist, werden alle Schrauben und Teile wieder entfernt. Sie sehen nun, wie die letzte Schraube zugezogen wird. Nun wird, in diesem Fall mit einem Bleistift, die Schnittzone festgelegt. Der umrandete Knochenblock soll später nach oben bewegt werden. Dadurch kann also ein Kieferdefekt korrigiert werden. Nach der Bleistiftmarkierung, im Mund wird ebenfalls mit speziellen Stiften und Markierungsbohrungen gearbeitet, werden Teile des Distraktors wieder entfernt. Denn ansonsten könnte man nicht, wie in diesem Film zu sehen, den Knochenblock vom Kiefer freisägen. Nach Mobilisierung des Knochenfragmentes wird der Distraktor zusammengebaut. Durch Drehen der Winde, diese steht später im Mund des Patienten, kann der Knochenblock schmerzlos verschoben werden. Sobald der Knochendefekt korrigiert ist, wird der Distraktor nach knöcherner Heilung entfernt. Nun ist wieder genügend Knochen, zum Beispiel für eine Implantation, vorhanden. Nach dem Setzen des Distraktors und Lösung des entsprechenden Knochenstückes wird die Wunde dicht vernäht. Nach ca. 10 Tagen beginnt der Patient an der Schraube einmal täglich zu drehen, so lange, bis der Knochendefekt korrigiert ist. Bei der nachfolgenden Implantation wird auch der Distraktor entfernt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Vielen Dank.